Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Leo und Lea bauen eine Sandburg. Fertig! Wow, wie schön! Auf dem Fluss fährt ein Boot. Der rote Roboter steuert es und die anderen beiden Roboter versuchen es einzuholen. Wer ist am schnellsten? Vorsicht! Kebum! Oh! Der blaue Roboter ist auf eine Sandburg gefallen. Hast du dir wehgetan? Mit dem Roboter ist alles okay, aber die Sandburg ist kaputt. Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme! Scoop ist sauer. Bleib stehen! Hey! Beruhige dich, Scoop. Lass die Roboter in Ruhe. Scoop, das bringt doch nichts. Fangen wir nochmal an. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt eine neue Sandstück bauen und alle helfen mit. An die Arbeit! Scoop holt Sand. Scoop. Lifty hat eine Flagge für den Turm gefunden. Hey Roboter, helft auch mit! Myy! Eine Welle hat die Brücke weggeschwemmt. Das bringt alles nichts. Das Wasser wird die Sandburg kaputt machen. Lifty, das ist eine Sandburg. Früher oder später stürzt sie ein. Wir überlegen uns etwas. Hm, ich kann ja ein Bild davon malen. Dann können wir sie uns immer wieder ansehen. Lea, warte. Lass uns ein Foto von der Sandburg machen. Oh ja, und eins von mir. Leo, dafür braucht ihr einen Fotoapparat. Was hast du denn alles mitgebracht? Ein Gehäuse Eine grüne Zoom-Taste Eine Linse Ein Bildschirm Darauf kann man die Fotos sehen Ein Gurt Ein Blitzlicht, damit man auch Nachtsfotos machen kann Ein blauer Drehknopf für den Timer Und am wichtigsten ein roter Knopf. Damit schießt man die Fotos Zwei Gummigriffe Damit man den Fotoapparat besser halten kann Eine Batterie Der Fotoapparat ist fertig Ich zuerst Scoop ist unser Fotograf Lächelt und sagt Tschüss Die Autos waren noch nicht so weit Versuchen wir es nochmal Stellt euch alle neben die Sandburg Lifty, rutsch näher an die Sandburg Seid ihr so weit? Irgendwas stört Scoop Er ist nicht auf dem Foto Versuchen wir was anderes Es sind nicht alle auf dem Foto Lass mich mal Die Sandburg Scoop, gib Lea den Fotoapparat Sie möchte auch ein Foto machen Jetzt ist Leo der Fotograf Jetzt Lifty Jetzt ich Und nun der rote Roboter Das habt ihr gut gemacht Aber wie können wir ein Foto machen Auf dem alle drauf sind? Da ist doch ein Timer Stimmt Ihr müsst den Fotoapparat Auf ein Stativ stellen Und den Timer einstellen Dann könnt ihr ein Foto machen Auf dem alle zu sehen sind Lifty, hast du ein Stativ? Leo, triff deine Wahl Möchtest du den Fotoapparat Möchtest du den Fotoapparat An die Angelschnur hängen? Wie wär's mit einem Hockeyschläger? Nein Der Fotoapparat gehört auf ein Stativ So Man kann auch ganz einfach Den Winkel einstellen Gehen wir und schießen ein paar Fotos Leo, schau auf den Bildschirm Und sag jedem, wo er stehen soll Roboter nach rechts Nicht alle gleichzeitig Ach je Hopp Nach links Stopp Scoop, setz dich Äh, was? Setz dich Leo, komm Hierher Der Timer ist eingestellt Fünf Vier Drei Zwei Eins Ein tolles Foto Und nochmal racy football 아버 wh sch we 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 we